Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Pro Review. Dieses Mal zu About a Girl. Ein Film über ein Mädchen, ich schätze ca. 15 Jahre alt, die einen Selbstmordversuch unternimmt aufgrund von Weiß ich nicht. Dann verfolgen wir, wie es so weiter mit ihr geht und wie ihr Leben sich so ein bisschen weiterentwickelt. Das Ganze ist eine deutsche Produktion mit Hilfe des Bayerischen Rundfunks. Ist, ja, natürlich nicht jedermanns Sache. Einige jüngere Leute sind aus dem Publikum gegangen. Prinzipiell denke ich, es ist gar nicht schlecht gemacht. Es ist halt so eine ungefähr 90 Minuten typisch deutsche Produktion. Als Star in der Produktion dabei ist Heike Makac. Das Ganze scheint irgendwo in Deutschland in der mittelgroßen Stadt zu spielen. Es wird nie irgendwie groß gesagt, wo das wirklich spielt. Ja, der Film, den kann man sich ansehen. Es ist definitiv auch wieder kein Muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, aber dieser Film, der gewinnt jetzt irgendwie einen Oscar, eine Lola, einen Bambi oder was auch immer zwingend. Und, ja, an sich solide gemacht. Schauspielerische Leistung ist durchweg durchaus gut. Es ist halt ein Thema, das nicht jedem sitzt. Es sind eine ganze Menge witzige Szenen drin. Und, ja, warum stehe ich gerade im Regen? Weil im Regen stehenden Film auch ein wichtiges Thema war. Da hat es aber meistens stärker geregnet, aber das habe ich mir dann heute doch lieber gespart. Und damit bis zum nächsten Mal.